Die gleiche Größe, die gleiche Kilo zahlen. Warum hier Leute? Warum? Wir nehmen mal in der Hand. So. Ja, dann kann ich aus jeder Situation etwas machen. So, passiert das die ganze Bahnhof. So, passiert das die Bahnhof. So, passiert das die Bahnhof. So, nicht hier rausgehen dann wirklich. So, was ist die Frage? Also dann wieder eine Hand nach unten und eine Hand nach oben. Mit der Hand nimmt das die Kilo. Das ist keine Kilo. Das ist nicht mit der Hand. Jetzt habt ihr die Kilo. Jetzt hat der Kilo. Die Kilo. Dann hast du doch die Macht. Boah. Ich hab' den so nicht geschleudert. Einfach nur. Ferien mit dem Handballen. Na, so. Das ist eine Wuchse. Und dann sag' ich noch mal, fühlst du von mir aus? Aber wirklich, vielleicht kriegt der eine Träung. Also, wir probieren einmal oben und einmal oben. Schauen Sie mal wieder an. Immer in Bewegung. Immer in Bewegung. Hier ist Druck. Guck mal hier. Und hier. Jetzt guck mal den hinter der Gesicht. Zwei Hebel. Wir probieren diese Sache erst mal hier. Einer unten, einer oben. Stehen bleiben. Wenn ihr eine blöde Antwort gebt, guck mal. Mach mal. Einer unten, einer oben, ein rein. Noch ein rein. Fällig.